Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher Teil 29 und wo ist der Schmied hin? Hä? Ich hatte jedoch gespeilt, weil hier der Schmied war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Schön, ich wollte eigentlich mit dem Herr handeln, aber dann ist so... Egal, dann eben was anderes. Ich weiß, dass ich was tun wollte. Ich glaube, ich wollte mein Inventar mal reparieren oder ausmisten. Ich will mehr Schaden. Mehr Schaden. Ja, gut, aber ich bin mal ganz ehrlich. Na, ich behalte mein, äh, das Schwert, weil es ein paar, weil die Sonderfähigkeiten sehr interessant sind. Wundersa... Jetzt ist er da, oder? Das ist ein bisschen komisch. Strange. Zeig mir da ja eine Bahn. Zeig mir deine Waren. Na gut, ich bin nicht der Knüppelspieler. Der zwei. Ich weiß aber schlecht. Nein, ich habe nicht gerecht. Ich bin nur noch an. Ich habe nur noch was! Ich kann nur noch nicht mit den Gänse Unten, dass du das nicht nirgendwo ansehen hast. Ich kann nur noch unterschauen. Ich bin nur noch was, ich bin. Ich bin nur noch nicht fertig. Ich habe müsste, wenn ich mich nicht mögen. Was ist das Spaltbolzen? Ambrosmeister, Gegenstand, okay. Oh cool, die behalte ich natürlich. Vielleicht plus 164% Angriffskraft brauche ich. Dann muss ich mal echt kurz vergleichen, wo habe ich das Inventar. Besser. Ja gut, der hat mehr Reinschaden, aber keine Sonnefähigkeit. Arterinalin gewinnen, Chance noch einfrieren. Ich glaube, ich verkaufte das Schwert und bin das Velena Langschwert. Dem Meistergegenstand. Mir ist nicht auffallen, dass in dem Spiel diese typische gewöhnliche Gegenstand, Meistergegenstand Geschichte auch geht. Und Leute sagen, gibt es bei jedem Rollenspiel, ja nicht bei jedem. Er hat sich teleportiert. Das ist so, ich meine da. Das Detail ist mir nicht aufgefallen. Da tausche ich doch natürlich die beiden Schuhe aus. Das ist so, ich weiß. Ich habe gerade zwei Schuhe verkauft. Alles reparieren. Alles reparieren. Hier sitze ich an. Der Rest behalte ich mal. Okay. Salaam. What? Ich bin ein WGH. Ich bin ein WGH. Es geht nicht. Alles ben cleared nicht. Alles-berffe. Wenn deine Frau weiterkern. Ich bin ein Ding! Wenn deine Frau direkt. zeigt mir jetzt ist doch die haben es tatsächlich gepächt hätte ich nicht gedacht das war nicht eine quest die lange zeit verpackt war das heißt er hat es wurde einem keine quest markierung angezeigt was nicht sehr blöd ist sehr praktisch warum will er jetzt moment jetzt hier unten durchgritten ich warte noch Das war's für heute. Ich will das denn abspringen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war relativ knapp. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat aber dann doch recht gut funktioniert. Come on now. Come on. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Okay. 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 Ich glaube, ich glaube, das war's für heute. 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 Ich brauch's für heute. Ich brauch' eine Ortschaft mit. Mit dem Händler. gut zu verzüglich war ich noch gar nicht für mich gerade auf dann gehe ich halt nach novigrad ich reise mal schnell nach novigrad ja ich mache das weil es jetzt nur dazu gedacht ist um vorrätig wieder aufzustocken krowl back on the rock Was? 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 Well, I was to the east, the other side of the street. He was? Go on! Don't think twice! Just bye! Fricy, ey! What can I do with you for? If I ain't got it today, say the word, I'll have it tomorrow! Let me see. Might pick something. Naja, gut, dann kann ich auch mein Zeug verkaufen. Was schon mal sehr praktisch ist, die behalte ich, die beiden Sachen. Da bin ich schon mal wieder mehr Geld, was ist das, Farbe, ah, ich weiß, Farbe brauche ich. Sollte ich sie fragen, wofür ich Farbe brauche, ich brauche Farbe. So lange. Ich schließe jetzt ein paar Tage, ich schließe jetzt ein paar Tage. Ich schließe jetzt eine andere Quest ab, und zwar... Ich glaube, hier war es. Ich schließe jetzt. An order. Just so happens I have some paint on me. Uh-oh. What's the matter? Has paint? But how? Dunno. Hmm. Might be a problem. Metshow no! An order! Der Mann! Ich glaube, ich mache das. Wird auf was? Birdo-Kotterie! Redania Birdo! Schilder! Ich glaube, ich kann es einen Schuss geben. Hast du ein Blaschen? Schön! Schön, Birdo! Ich denke, so? Wie lange du dich glücklich bist. Mann ist gut! Nicht wie andere Mannen nehmen. Mann! 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 Gut, habe ich das auch mal gemacht. Nein! Mann! Punkt, was es trotzdem ist? Heuchtenhändler Was ist das denn für ein Schloss? Naja, ich glaube... Was ist jetzt los? Moment! So, da bin ich wieder. Ähm, ja. Ja, ich habe jetzt gewundert, was war jetzt das für Werbung? Ich hatte Skype im Hintergrund offen und Skype hat irgendwie seltsamerweise einen Werbespot aufgespielt. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ich habe aber was Skype auf beschäftigt gestellt. Neh, hä? Was macht der jetzt auf einmal Werbespot? Oh, Schleichwerbung. Nein, also hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Sehr seltsam. Hatte ich bislang auch noch nie. Also deswegen... Hm, seltsam. Egal. So. Ich wollte den Werwolf besiegen. Ich muss gerade echt überlegen. Das hat mich jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. So. Gibt es hier denn nicht... Ach, da gibt es einen... Den habe ich nicht gesehen. Das ist das Problem. In der Stadt sieht alles so ähnlich aus. Hä? Wo ist denn jetzt eigentlich? Hier war... Genau. Dann schriege ich hier hin. Die Leute, die sich natürlich jetzt fragen, warum ich nicht einfach das geschnitten habe. Boah, das sieht gut aus. Ähm. Warum? Das gehört auch ein bisschen dazu. Seltsame Probleme. Und ein brauchbarer Hinweis. Ich will niemals Skype im Hintergrund selbst als beschäftigt offen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man die Werbung im Spiel gehört hat. Weil ich bei Skype eigentlich auch ein anderes Audio-Gerät eingestellt habe. Äh. Das hier ist... Warum zeigt er mich hier? Das hier hört es an, wenn der Eingang wo auf der anderen Seite ist. Die Eichemie. So? So? There's a war on? Fuck. Wir haben nicht, Herr, Luscious, oder Studenten von Philosophers Hall. Schavers, Vorbereitungen, oder Studenten, von Philosophers Hall. Ich sehe mich wie ein, um, einer der Leute aus dieser Liste. Es tut mir nicht, um zu schauen, um es zu verstehen, wie es sich stand. Also was haben sie mit dir gemacht, die Studenten? Ich würde nicht sprechen, okay? Was ist dein Zettel? Ich würde mich mal schauen. So was Hammer denn? gekauft 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 nicht genug münzen schade halten zu verkaufen was habe ich denn jetzt an alk eingekauft ja gut das wird schon reichen für den ausgebau jetzt weiß ich ja wo ich wieder was herkriege aber tot verwirkt anscheinend nichts gar nichts okay editus crusadies gar nicht benutzt Inventar, dann nehme ich aber doch mal was anderes und so. Genau. Oh, das sieht echt gut aus. Allein die Gewichtsstimmung ist sehr schön eingefangen. Die Gewichtsstimmung ist sehr wichtig. Langsam, Bruder, bin ich! Schön ist, dann reite ich tatsächlich direkt zur Einsam-Hütte. Ach so, er hat ja das Spiel speichert. Jetzt wieder einmal gehe ich noch. Ich habe jetzt nur noch einen Gastropean. Bitte nicht so, ich habe immer noch eins. Die Gewichtsstimmung ist jetzt aber noch so, die Gewichtspannung. Genau, ich bin noch einmal sehr, pine. Das heißt, ich begehebe-. also es ging jetzt einfach was ist jetzt ich bin mir nicht sicher ob sich mein pc gerade aufgehängt hat oder irgendwas anderes okay ich sehe bild moment ich weiß auch nicht was das gerade ist so ach der wird schon tatsächlich aufgehängt schade da sieht man jetzt mal meinen ähm ja god galaxy browser ja ich starte das spiel über god galaxy weil ich da bislang noch keine probleme hatte ich habe gerade achten so jetzt muss ich dir noch micheln also weiter wir kennen ja die geschichte schon vielleicht werde ich hier schneiden vielleicht aber auch nicht ich finde es relativ seltsam es könnte natürlich mit dem vom feuer dran liegen das ich rausgetappt habe aber es würde mich wundern exakt okay hat schon mal gespeichert dass ich hier war das geht jetzt auch schnell Ja. No! Stop! Don't harm him! Think we need to talk. It's Neelan! Lycanthropy can afflict anyone. But it is a curse, so sorry. But I have to. You don't understand! I love him! He was near to be in mine till you came along! Go away! Leave us be! Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I learned his secret. You... You knew. Did you know I shoved myself in here to wait out me change? I knew. And I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You... Brought her here. That night. It was the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us! She was to see you turn, not more! I didn't want her death! You've got to believe me! I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. Äh... I said... I'll kill you now. You won't kill anyone. Ever again. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run! 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 Für Leute, die jetzt keinen Kontext mehr hatten, es ging darum okay, eine Frau ist gestorben sie wurde von dem Wehrwolf angefallen und es ging darum warum hat der Wehrwolf das gemacht etc und ja, ein bisschen dem nachgegangen ja, weil entweder haben sie das sehr gepatcht oder die Level sind sehr sehr wichtig für das Spiel für die Spiel Eigenschaften, Level-Eigenschaften etc da habe ich mich schon weiter auch umgekümmert Was bringt mir der Nielenschlüssel? Notes und der Lose Hat sich wohl Ach, das war tatsächlich Das ist was Stapfen da so Naja, jetzt schaue ich mir doch mal endlich die Notizen da an Ah, Inventar Ah, okay Ich bin wer ich bin Das kann ich nicht ändern Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir Ich muss mich damit anfinden Mit Hannas Liebe und Eisner Disziplin habe ich einen Weg gefunden damit umzugehen Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht Ich muss weit weg von allen sein Weit weg von Hanno Der Anfall kommt und geht Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache Sie mit den Zähnen und Klauen zu zerreißen Eine andere Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen Gütige Militelle Wache über alle, die zu nahe kommen Naja Ja So So Was ist das? Das ist relativ groß ist Hm So Was mache ich denn als nächstes? Das ist handlungsszenisch Gibt mir einen Hinweis Nein Hm Ich könnte es natürlich auch einfach nachschauen Das könnte ich aber auch aufs nächste Mal schieben Jetzt werde ich erstmal doch eine andere Quest angehen Und ich könnte dem weiteren Mütternacht auf dem Feld helfen Oh Gott Total Bei diesem Feld Okay Äh Könnte ich ja tun Dann kann man mich aufhauen Dann mache ich mich schon mal auf den Weg dahin Day D § K D § Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, was uns aber an dieser Stelle erwartet, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten, dann im neuen Jahr. Ich wünsche jetzt erstmal allen einen guten Rutsch ins Neujahr und bis dann. Dann wieder donnerstags. Normalerweise. Bis dann.